Huhu, ihr Lieben, da draußen, hier ist mal wieder die Andrea aus Andalusien von andreawirk.com. Heute wieder mit einem Unboxing und zwar eins der letzten. Ich habe nämlich bei Book Depository noch, bevor es geschlossen hat, noch zwei Decks gekauft. Einmal dieses hier, das May First Magic Oracle und dann habe ich aber noch dieses uralte Sensual Vicar Tarot bestellt. Also ganz unterschiedliche Decks. Ja, und heute, jetzt wollte ich erst mal das hier auspacken, das My First Magic Oracle. Das ist, glaube ich, sogar ein Kinderorakel, soweit ich informiert bin. Das ist von Rockpool übrigens. Und wenn du Bock hast, das mit mir auszuboxen, das ist ein sehr kindliches, buntes Deck, aber irgendwie total süß. Und genau, dann lade ich dich herzlich ein. Ich mache das wie immer so, dass ich mein kleines Intro mache. Dann gucke ich mir die Box mit euch an. Dann gucken wir uns das Büchlein ein, wenn eins drin ist. Ich weiß es gar nicht. Und dann der Stack, dann machen wir einen Kartendurchlauf, wo ich jede einzelne Karte zeige. Und dann gibt es auch noch ein ganz, ganz kleines Reading, damit wir die Karten auch mal ausprobieren können. Und so ein bisschen als Bonus für die, die gerne Readings gucken. Genau. Ach so, zwischendurch sage ich, glaube ich, auch noch meinen Eindruck. Genau, meinen ersten Eindruck. Ja, und das ist also The First Magic Oracle. Ich wollte das jetzt währenddessen eigentlich mal auspacken, aber irgendwie geht es gar nicht. Doch, ich hatte hier doch irgendwo was aufgemacht. Also, die Geschichte ist die, dass ich ja eigentlich überhaupt kein Orakel-Deck mehr haben wollte, weil ich auch gar nicht mehr so viele Orakel-Decks verwende. Ich verwende eigentlich eher Tarot im Moment. Aber dann hat eine Karten-Freundin von mir, von der habe ich schon öfters mal erzählt, sie macht immer so, sie hat immer so eine Routine, dass sie immer jeden Monat Karten, ein Kartendeck für jeden Tag verwendet, zusammen mit einem Orakel-Deck und, glaube ich, auch täglich, weiß ich auch nicht, und monatlich, also pro Monat. Genau, und dann hat sie mich gefragt, wie würdest du die Karte interpretieren? Und hat mir eine Karte geschickt, also das Foto, und das fand ich so süß, das war aus diesem Deck. Weil da war eine Rune abgebildet, oder so eine Kombination aus Rune, und sie wollte wissen, wie ich das interpretieren würde, genau. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das für ein Deck? Und dann sagt sie, das ist das, my first magic Oracle Deck. Und dann hat sie mir das geschickt, also den Link dazu, und dann habe ich mir das angeguckt und dachte, boah, das will ich haben, das ist so geil, so süß. Und vielleicht passt das sogar zu meinen, naja, vielleicht auch nicht, zu meinen süßen Gnom-Tarot-Decks, weil da habe ich nämlich noch keins, zum Beispiel das Tarot of the Gnomes. Ich muss mal gucken, ob das da ganz gut passt. Auf alle Fälle ist es jetzt da. Und das Schöne ist, das habe ich dann nämlich in einem Unbox, beziehungsweise sie hat mir das dann gesagt, genau, sie konnte es ja ausmessen, dass es nicht so groß ist, weil ich mag ja diese großen Orakel-Decks nicht. Es hat, glaube ich, Tarot-Kartengröße und kommt in dieser süßen Box, mit der wir jetzt auch mal anfangen. Also, wie gesagt, my first magic Oracle ist das, von der, oh, war ja Gwen, naja, Dudek. Vielleicht ist es aber auch ein R, ich glaube aber eher eine Sie. Von Rockpool. Ja, und das ist die Box. Und das sind hier schon mal so 42 Karten hat es. Hier haben wir es schon mal. Das sind Tierkarten, die total wirklich kindlich gemacht sind. Also, man kann sie sehr gut für Kinder anscheinend verwenden. Das ist extra für Kinder gemacht. Und das ist so eine Magnetbox. Oh, mit einem Sternchen. Hier haben wir ein kleines Büchlein. Das gucken wir uns jetzt mal an. Und hier haben wir noch die Karten. Oh, das ist aber süß. So mag ich die Oracle Decks. Genau so. Nicht größer und in einer praktischen Box das Buch direkt drin. Liebe Verlage, mach doch die Oracle Decks bitte mal so. Für mich, nur für mich. Wenn die anderen größere Bücher wollen, dann mach doch einfach noch ein Set mit größeren Büchern. So, jetzt fangen wir mit dem Buch an. Mache ich aber erst mal hier ein bisschen runter. Das Buch hat 92 Seiten und ist in Farbe. Das Ganze ist von 2021 in China geprintet, was ich nicht so geil finde, aber gut. Und wir haben hier eine Inhaltsangabe mit einer Einleitung, wie man die Karten verwendet. Und dann kommt man auch schon gleich zu den einzelnen Karten, wo dann nicht die Tiere aufgeführt sind. Ich glaube, da sind Tiere drauf, sondern einfach die Keywords. Und die sind nummeriert. Ich denke, ich hoffe, die Karten auch, weil es hier nicht alphabetisch geht. Also es geht nummeriert. Und dann gibt es hier unten hinten noch About the Creator. Das ist genauso, wie ich es liebe. Kein rumgeschwafelt, sondern einfach direkt in die Karten gehen. Und die Karten werden so dargestellt, dass sie auf der einen Seite scheinbar die Karte aufführen, und zwar in bunt. Und hier haben wir einen kleinen Text. You sometimes feel afraid. This is normal. Fear is an emotion that helps you anticipate things and remain vigilant. Try to identify your fears. Also hier wird einfach über die Ängste dann zum Beispiel in dem Fall geredet. Und die Karte sagt, sei mutig. Und das ist übrigens die Karte, die meine Freundin mir, glaube ich, auch abfotografiert hatte, weil wir hatten diese Rune. Genau. Genau. Ja, und so geht das hier weiter. Und das ist nicht viel Text. Das ist so ein, das ist auch ein sehr motivierender Text, glaube ich. Know that you can do it. Ja, ich glaube, die Texte sind auch sehr einfach und motivierend. Das finde ich sehr toll. Also wirklich auch sehr, guck mal hier, wie kurz. Oh, ich liebe das. Ja, okay. Also das ist, das ist im Prinzip alles. Und man kann ja da noch rein interpretieren, was man will. Also in der ersten Karte zum Beispiel ist anscheinend nicht aufgeführt, was diese Rune bedeutet. Man kann ja da noch seine eigene Imagination noch walten lassen. Hier haben wir über den Creator noch was stehen. Warte mal, das lese ich gerade mal durch. Ach so, ich hatte gedacht, dass sie vielleicht Kindertherapeutin ist, aber sie ist unter anderem eben auch Coach, aber eben sie wollte das irgendwie auch für Kinder machen. Vielleicht ist es aber auch für das innere Kind in uns. Wer weiß. Ja, okay. Das ist das Buch. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Deck. Ah, guck mal, das habe ich gar nicht gezeigt. Die Box hat hier auch noch an der Seite Sachen. Jetzt kommt mein Nachbar, jetzt wird gebellt und das hat Gott sei Dank ein Grock-Pool, macht das immer cool. Die haben mir einfach immer nur so ein Ding. Das finde ich cool. Und das ist der Max, den ihr da hört. Der muss sich gerade mal beschweren, weil da irgendeiner laut redet. Vielleicht müssen wir kurz stoppen. Ich weiß es noch nicht. Was mir jetzt an diesem Deck gar nicht gefällt, ist, dass das komplett laminiert ist. Also es ist ein sehr laminiertes Deck. Das wusste ich aber schon, das hatte mir meine Freundin gesagt. Also sehr plastikmäßig, aber sehr fest und relativ flexibel, würde ich sagen. Man kann noch so ein bisschen die Pappe spüren, aber guck mal, jetzt ist es hier wieder beschädigt. Da wo das Band ist, auch hier hinten habe ich gesehen, ist das Deck beschädigt. Das finde ich immer nicht so toll. Das ist das Negative an diesen Bändern, was da eben drum war. Ach so, die Rückseite. Ist süß, aber nicht umgekehrt lesbar, würde ich sagen. Und wollen wir mal den ultimativen Kartengrößentest machen. Wir haben hier eine Tarot-Kartengröße und es hat, würde ich sagen, Tarot-Kartengröße. Es ist halt ein bisschen mehr abgerundet, aber ansonsten Tarot-Kartengröße. Sehr geil. Also der normale, übliche US-Games Tarot-Kartengrößen Dingsbums. Ich weiß jetzt, ja, das ist sehr pappig, aber süß ist es. Sehr, sehr süß. Passt wahrscheinlich nicht zum Gnom-Tarot, aber egal. Es ist süß. Passt vielleicht aber zum Spaghetti-Tarot, was ich gerade eben hatte. Ja, also wir haben, der Kartenaufbau ist so, dass man hier natürlich das Bild hat. Es ist randlos, wie ihr seht, und man hat hier das Keyword und hier die Nummer von, damit man das auch besser im Buch findet. Und sie haben immer verschiedene farbige Hintergründe. Ich nehme an, das hat auch was zu tun, weil Blau ist zum Beispiel für mich immer so ein bisschen auch Klarheit und das hat hier Rot und das ist ja so die Feuerenergie. Vielleicht haben diese Farben sogar auch noch eine Bedeutung. Also, wir haben hier Sei mutig mit dem Löwen, den Tiger, Know that you can do it. Wisse, dass du es kannst. Du kannst es. Bravo. Congratulate yourself. Wie heißt denn das jetzt? Dich selber feiern, würde ich jetzt mal sagen, oder dir selber gratulieren, genau. Feel protected. Fühl dich geschützt. Exercise. Ja, mach mal ein paar Übungen, Baby. Kann ja auch eine ganz einfache Übung sein. Get plenty of sleep. Schlaf viel. Trink Wasser. Das ist wohl ein sehr alltägliches Deck, würde ich mal sagen. Du sollst Wasser trinken. Du sollst gut essen. Eat well. Man kann die Karten ab, das sage ich dann später. Oh, die ist ja cool. Limits Screen Time. Das verstehe ich jetzt nicht. Ehrlich gesagt, wenn ich dran denke, schreibe ich den Satz hier unten auf Deutsch rein. Limitiere Screen Time. Screen Time weiß ich nicht, was das ist. Breathe. Oh, die ist ja toll. Atme. Go outside. Geh raus. Die ist cool. Have fun. Hab Freude. Hab Spaß. Play with your friends. Spiel mit deinen Freunden. Speak nicely to other people. Sprech liebevoll oder nett zu anderen Menschen. Be peaceful. Sei friedvoll. Sei friedvoll. Oh, die ist aber hübsch. Always tell the truth. Sag immer die Wahrheit. Oh, die ist ja toll. Ich glaube, das passt gut zu dem Affirmation, Affirmator Tarot. Das kann ich gerne mal hier verlinken. Do something quiet. Mach etwas ruhiges. Stilles. Take a break. Break. Da hätte jetzt ein Faultier besser hingepasst. Mach eine Pause. Oh, das ist ja lustig hier. Embrace your emotions. Oh, umarme deine Emotionen. Express your feelings. Drück deine Gefühle aus. Oh, die Karten sind total süß. Respect yourself. Respektiere dich selbst. Embrace your uniqueness. Umarme deine Einzigartigkeit. Guck mal, jeder Fisch ist hier anders. Accept your sensitivity. Akzeptiere deine Sensitivität. Find your ingenuity. Ich vergesse immer, was ingenuity heißt. Ich glaube, das heißt Genialität. Finde deine Genialität. Ich bin mir nicht sicher, wenn es was anderes heißt, schreibe ich es hier unten rein. Follow your heart. Folge deinem Herzen. Gib jemandem eine Umarmung. Know you are always loved. Wisse, dass du immer geliebt bist. Fall in love. Verlieb dich. Die Karten sind so süß. Do your best. Tu dein Bestes. Und nicht mehr, sage ich jetzt noch dazu. Focus on your homework. Fokussiere dich auf deine Heimarbeit. Hausaufgabe sozusagen. Oh, die ist ja lustig. Be patient. Sei geduldig. Remember that it will pass. Erinnere dich daran, dass es auch vorbeigehen wird. Alles. Das Schöne und auch das nicht so Schöne. Confide your fears and worries. Oh, confide weiß ich auch wieder nicht, was es heißt. Ich schreibe es hier rein, wenn ich dran denke. Flüster denen zu oder vertraue ihnen. Ich habe keine Ahnung. Give thanks. Sei dankbar. Sei dankbar. Mach etwas für die Erde. Do something for the earth. Give something away. Gib etwas ab. Gib etwas. Verschenk etwas. Träume groß. Das ist mein Lieblingsspruch. Dream back. Give love to our planet. Gib Liebe zu unserem Planeten. Ich würde es aber eher sagen zum ganzen Universum, Babes. Ich bin da ja ein bisschen multimäßiger drauf. Oh, die ist aber auch hübsch. Believe in the magic of life. Glaube in die Magie des Lebens. Weil du bist selbst Magie, Baby. Make a wish. Wünsch dir was. Say yes. Sag ja. Und say no. Sag nein. Das ist schön, dass hier auch zwei Ja und Nein Karten drin sind. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, die Karten sind sehr interessant, weil, wenn man jetzt nicht so ganz konform geht, weil manchmal lege ich ja jetzt nicht unbedingt darauf, dass jemand was trinken muss oder so. Zum Beispiel hier bei oder auch hier something to etwas für die Erde. Das sind ja jetzt Karten, die man teilweise vielleicht auch eher für sich zieht. Wenn ich das jetzt für jemand anderen ziehe und es geht vielleicht jetzt um weiß ich nicht was um ein bestimmtes Thema, dann kann man die Karte aber auch ohne dieses Keyword lesen und wirklich auch aus dem Bild lesen, zum Beispiel Erde dich, ja. Könnte man jetzt hier sagen und oder was ich hier vorne auch noch gesehen hatte mit den Tieren hier. Wo war denn das? Das wäre zum Beispiel für mich nicht nur sei friedvoll, sondern auch die Kolibris sind für mich auch Freude. Oder oder hier warte mal, wo war denn das? Eat well kann man zum Beispiel auch sagen, hier geht es um die um die Fülle, ja. Man muss ja nicht unbedingt das Keyword nehmen. Man kann auch aus dem Bild schöpfen. Drink water kann man auch sagen, geh in den Flow. Also wenn man jetzt die Karte noch anderweitig verwenden will. Man kann auch da noch was aus dem Bild rausholen. Ja, aber die sind so süß und total schöne Energie hat das. Ja, wirklich toll. Und irgendwie total laminiert, aber trotzdem fühlen sie sich noch ein bisschen, haben sie noch ein bisschen Pappe dran. Und so freudvoll. Das sind so richtig schöne Frühlings- und Sommerkarten, finde ich. Wobei ich im Winter auch solche Karten gern verwende, weil es hier ja sowieso immer irgendwie Frühling ist und Sommer. Ja, also ein wirklich süßes, süßes Deck kann man anscheinend auch super genial für Kinder verwenden. Zumindest finde ich, sagt das der Text hier. Trink Wasser. Ne, warte mal. Wir nehmen mal irgendwie hier. Fühl dich geschützt. Auch wenn du dich ganz alleine fühlst, wisse, dass du immer geschützt bist bei den Menschen, die dich lieben, durch die Menschen oder mit den Menschen, die dich lieben, so wie du bist. Sei es, dass es die Freunde oder die Familie ist und so weiter. Ich habe das ein bisschen frei übersetzt. Du kannst, du kannst ruhig vorwärts gehen in neue, neue Abenteuer mit, mit ganz viel Vertrauen. Also total süß geschrieben. Also wirklich. Auch für Kinder, wobei das jetzt natürlich auf Englisch ist. Aber ich glaube, das kann man auch mit einfachem Englisch verstehen. Also selbst für Kinder, die jetzt in der Schule dann Englisch lernen, können sich das dann auch durchlesen. Genau. Ja, probieren wir jetzt mal das Mischen. Die sind jetzt noch etwas steif. Ich glaube, ich muss die umgekehrt mischen. Ich glaube, so geht es besser. Also ich habe jetzt gemerkt, ich habe gestern ein Deck, was ich hatte, ich glaube, das war das Will of the Year Tarot und das Tarot of the Tweets, was ich neulich vorgestellt hatte. Das habe ich, weiß ich nicht, den ganzen Tag gemischt. Ich hatte so Bock, die Karten zu mischen, weil die lassen sich so gut mischen, die alten Los Garabeo Decks oder überhaupt ja. Und seitdem sind die auch viel weicher geworden. Also je mehr man die Decks so mischt, wie ich sie hier gerade mische, desto weicher werden die und dann sind die nicht mehr so schwierig zum Mischen. Genau. Ja, machen wir noch eine Runde und dann wollen wir mal wissen, was wir denn jetzt wissen dürfen. Was dürfen wir denn dann wissen? Achso, nee, warte mal, wir wollen ja auch noch die Karten auf die anderes mischen. Die muss man jetzt ja nicht so sehr mischen, das ist ja kein Tarot. So lassen sie sich auch super mischen oder auch nicht. Und sie flutschen halt ziemlich, weil sie sehr laminiert sind. Aber vielleicht das passt, das Laminierte passt, aber auch das lässt sich auch, weil die so so bunt sind, finde ich. Passt irgendwie trotzdem das Laminierte. Ist halt für Kinder gemacht, da muss es ein bisschen laminierter sein. Achso. Ja, genau. Dann machen wir jetzt mal ein kleines, eine kleine Legung. Wollen wir mal wissen von den Karten, was wir jetzt wissen dürfen. Was dürfen wir denn jetzt wissen? Oh, sag immer die Wahrheit. Sag immer die Wahrheit. Exercise und oh, jetzt haben wir hier die Karte, die ich nicht weiß, was es bedeutet. Da muss ich mal schnell ins Buch gucken. Also das geht wirklich darum, hier bei der Karte sich mit den Ängsten und den, ja, ich sag mal so, Ängsten auseinanderzusetzen, indem man sie einfach als Freund sieht. Indem man einfach liebevoll zu ihnen ist. Und das passt eigentlich, die beiden Karten passen jetzt ganz gut, die kann ich jetzt nicht so gut einordnen, weil hier geht es natürlich um Bewegung. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass es auch um die Körperlichkeit geht bei dieser Karte, dass es vielleicht auch darum geht, dass wir jetzt, also das ist ja die Hauptkarte für mich immer, die Mitte, ja. Und es geht darum, dass du vielleicht Angst hast, immer die Wahrheit zu sagen oder dass wir Angst haben, immer die Wahrheit zu sagen und auch die Wahrheit zu sein, ja. Oder uns wahrhaftig auszudrücken. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Aber wir haben in unserem Feld jetzt eigentlich drin, dass wir uns mit und diesen Ängsten auch auseinandersetzen können und uns wirklich auf uns selbst besinnen können. Und da ist der Körper ganz wichtig, das Fühlen des Körpers. Viele fühlen ja ihren Körper gar nicht. Und viele machen zum Beispiel auch viele Übungen, und spüren ihren Körper dabei gar nicht. Da geht es dann nur darum, den Körper zu formen, aber nicht im Körper zu sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich diesen Körper, den wir selbst erstellt haben, den wir selbst erschaffen haben, sozusagen, dass wir den jetzt auch spüren in allen Einzelteilen, jede Zelle. Also wirklich, man kann das natürlich in Bewegung machen, man kann es aber auch in der Stille machen, aber dass wir wirklich spüren, das ist unser Körper und dass wir ihn lieben und dass wir uns dadurch eben auch lieben. Und dann können wir eigentlich auch damit der Angst begegnen, nämlich der Angst, wie wir uns ausdrücken oder der Angst, wie was wir eben sagen, weil wir haben dann, oft haben wir ja Angst, wir könnten was falsch machen oder nicht mehr geliebt werden, wenn wir irgendwas sagen oder ausdrücken. Und indem wir aber bei uns sind, in unserem Körper atmen und vielleicht eben auch mal den Körper schütteln oder eine Übung machen oder rennen oder springen oder tanzen und uns dann aber währenddessen in diesem Körper auch spüren, nicht das machen, damit wir jetzt irgendwie einen Muskel mehr kriegen oder einen besseren, schöneren Muskel oder sonst irgendwas, sondern wirklich mit der Intention, uns zu spüren, dann haben wir auch keine Angst mehr, die Wahrheit zu sagen und uns wahrhaftig auszudrücken. Ja, das würde ich jetzt so lesen. Hier haben wir noch Focus on your homework. Da haben wir noch eine Zusatzgeschichte. Und wir haben Get plenty of sleep. Also du sollst dich auf deine Hausarbeit konzentrieren. Das ist natürlich für Kinder, aber wir Erwachsene haben ja auch unsere Hausaufgaben. Und die Hausaufgabe ist jetzt tatsächlich unseren Körper zu spüren. Und zum Körperspüren gehört für mich auch, dass man genug schläft. Viele schlafen nicht genug. Dass man sich auch traut, vielleicht zu Uhrzeiten zu schlafen, wo man normalerweise eben nicht schläft. Also ich schlafe dann, wenn ich Bock habe zu schlafen. Wenn ich nachts wach bin, bin ich wach und wenn ich tagsüber müde bin, schlafe ich. Also ich habe damit kein Problem. Okay, ich habe auch einen Tagesablauf, der keinen besonderen Rhythmus hat, aber den habe ich mir auch erschaffen. Ja. Ich meine, früher war ich auch noch in dem Hamsterrad drin. Also ich glaube, hier geht es wirklich darum, bei dieser Legung sich zu spüren und sehr auch auf die Körperlichkeit zu achten. Nicht wie sie im Außen aussieht, sondern wie sie sich im Innen anfühlt. Und sich dadurch in der Wahrhaftigkeit zu spüren. Und dann hat man auch keine Angst mehr, die Wahrheit auszudrücken. Und oder dann begegnet man den Ängsten auch anders, weil man ja präsent ist. Hier geht es sehr um die Präsenz. Und das ist die Hausaufgabe jetzt. Auf die dürfen wir uns konzentrieren. Genau. So könnte man das jetzt lesen. Mit sehr viel Fantasie. Ja, so schöne Karten. Der Schwan gefällt mir hier total. Wunderschön. Bin ja gar nicht so ein Schwan-Fan, aber der gefällt mir. Ja, du kannst natürlich gerne auch im Kommentar jetzt kommentieren, was du hier rein interpretiert hättest oder was dir die Karten sagen. Da freue ich mich immer über andere oder gleiche Empfindungen, Meinungen, wie auch immer. Genau. Und wenn du magst, kannst du die Legung gerne mitnehmen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Du darfst auch gerne, wenn du magst, darfst du gerne auch noch kommentieren, wie dir das Deck gefällt. Ich habe das natürlich jetzt auf Erwachsene gelesen. Für Kinder würde man das natürlich anders lesen. Genau. Und du darfst natürlich das Video auch gerne liken, wenn du magst. Und wenn du noch eine Frage hast zu diesem Deck, zu anderen Decks, wie man Karten liest, also so Art, ich mache so Art Mentoring da auch dann. Oder wenn du eine private Lesung von mir haben möchtest, darfst du mich natürlich gerne kontaktieren. Andrea-Wirk.com ist meine Webseite. Da findest du meine Telefonnummer, meine ganzen Messenger-Ups, WhatsApp, Telegram, Signal, Threema. und du darfst mich dann über eine von diesen anschreiben oder ansprechen mit einer Sprachnachricht, wenn du magst. Ach, ich bin jetzt gerade ganz ruhig. Die beruhigen total diese Karten, auch wenn sie so bunt sind. Ja, ich danke dir, dass du mich begleitet hast durch dieses sehr süße Deck und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Tschüss. Tschüss.